Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 18. Juli Und Salomo richtete die Säule auf vor der Halle des Tempels. Und der er zur rechten Hand setzte, hieß er Jachin. Und der er zur linken Hand setzte, hieß er Boas. 1. Könige 7, Vers 21 Merkwürdige Sachen stehen in der Bibel. Dass der König Salomo seinen neuen Tempel mit herrlichen Säulen verziert, ist noch nichts Besonderes. Aber dass er den beiden Säulen Namen gibt, das ist doch seltsam. War es eine Laune des großen Königs? Oh nein, mit diesen beiden Namen der Säulen, die das Tempeltor flankieren, will er den Reichtum eines gläubigen Herzens darstellen. Jachin heißt Gott lässt feststehen oder Gott befestigt. Damit wird gesagt, dass ein Christenherz einen festen Grund gefunden hat, von dem es nicht wankt und weicht. Man hat von frommen Christen manchmal gesagt, sie seien stur. Ja, wenn es um das Fundament ihres Lebens und Glaubens geht, sind sie stur und unbeweglich. Darum sagt der Apostel Paulus, Gott ist's, der uns befestigt, samt euch im Christentum. Und ein andermal sagt er, seid fest und unbeweglich. Das verkündet die Säule Jachin. Die andere Säule nannte Salomon Boas. Boas heißt Lebendigkeit und Lebensfülle. Diese zweite Säule gehört unbedingt zum Christenstand. Während die Glaubenden fest auf dem Grund des Heils in Jesus Christus stehen, ist ihr Leben erfüllt mit Lebendigkeit. Sie sind, wenn es recht steht, eifrig, ihren Nächsten zu suchen. Sie sind lebendig in Werken der Liebe. Sie freuen sich der Gaben Gottes in Natur und Geisteswelt. Sie haben eine Vitalität, von der die Bibel einmal drastisch sagt, ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Das sagt die Säule Boas. Herr, mache uns unbeweglich in dir und beweglich in deinem Dienst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.